Kapitel 3 Noch etwas Tee, Edgar, sagte mein Onkel und beugte sich erschreckend abrupt nach vorne. Ja bitte, sagte ich. Meine Kehle fühlte sich trocken an. Ich konnte mich der Vorstellung nicht erwehren, selbst in der Baumkrone der riesigen Ulme gefangen zu sein, während sich mir von unten ein namenloses Ungeheuer unaufhaltsam näherte. Meine Fantasie hatte in der Darstellung der grässlichen Krallen ganze Arbeit geleistet. Onkel Montague schenkte mir und sich eine neue Tasse Tee ein. Er stellte die Untertasse auf sein Knie und hob die Tasse an die Lippe. Als er einen Schluck getrunken hatte, stellte er Tasse und Untertasse wieder auf das Tablett. Dann erhob er sich. Vielleicht sollte ich dir nicht solche Geschichten erzählen, Edgar, sagte er, ging durchs Zimmer und stellte sich mit dem Rücken zu mir ans Fenster. Ich möchte nicht, dass du meinetwegen Albträume bekommst. Das ist schon in Ordnung, Onkel, sagte ich. Ganz ehrlich, ich habe mich nicht so doll gefürchtet. Wirklich? sagte Onkel Montague und drehte sich mit verstohlenem Lächeln zu mir um. Dir war die Geschichte nicht unheimlich genug? Nein, Onkel, sagte ich und setzte meine Tasse mit lautem Klirren ab. Das heißt, ich meine... Keine Sorge, Edgar, sagte Onkel Montague und blickte wieder aus dem Fenster. Ich wollte dich nur aufziehen. Bitte verzeih. Natürlich, sagte ich mit einem Lächeln. Das weiß ich doch. Onkel Montague lachte vor sich hin, sagte aber nichts mehr. Er blickte, gedankenverloren, aus dem Fenster in den Garten hinaus. Ich sah mich im Zimmer um. Das Feuer tanzte in Licht und Schatten über die Dinge im Raum. Und ich hatte den nicht sonderlich angenehmen Eindruck, als würde sich überall im Zimmer etwas bewegen. Vor allem der Schatten unter dem Sessel meines Onkels schien mir beunruhigend lebendig. Als hockte etwas darunter, das jeden Moment hervorspringen und wie eine große Spinne durch den Raum flitzen konnte. Auch wenn ich wusste, dass es Unsinn war, schien mir alles im Raum, die Drucke und Gemälde, die Gegenstände auf dem Kaminzims und den Schränken, die Bücher und die Möbel, unter einer Spannung zu stehen, als wären sie lebendig. Onkel Montague drehte sich vom Fenster weg und nahm etwas von einer nahestehenden Vitrine. Das Beben und die schattenhaften Bewegungen im Zimmer schienen sich mit einem Mal zu legen. Als er sich zu mir umdrehte, konnte ich im schwarzen Licht erkennen, dass er eine sehr kleine Puppe in der Hand hielt. Sie hatte einen Porzellankopf, der Körper war aus Stoff. Mein Onkel kam zu mir herüber und legte mir die Puppe in die Hand, wobei mir seine Ernsthaftigkeit auffiel, die gar nicht zu dem Gegenstand passte, auch wenn ich sehen konnte, dass die Puppe mit außergewöhnlicher Sorgfalt gearbeitet worden war. Es schien mir merkwürdig, dass mein Onkel etwas derartiges in seinem Haus hatte. Ich fühlte mich etwas albern mit der Puppe in der Hand und dachte, was passieren würde, wenn mich jemand aus der Schule so sehen könnte. Warst du schon einmal bei einer Seance, Edgar? Fragte mein Onkel, ohne weiter auf die Puppe einzugehen, die er mir so feierlich in die Hand gegeben hatte. Er ließ sich langsam in seinem Sessel nieder. Nein, Onkel, antwortete ich. Aber du weißt, dass es so etwas gibt. Ja, Onkel, sagte ich. Menschen versuchen dabei, ihre Verstorbenen zu kontaktieren. Es gibt wohl Personen, die behaupten, Geister in ihre Stimme leihen zu können. Medien, sagte Onkel Montague. Ja, Medien, wiederholte ich. Du sagst, behaupten, Edgar, sagte Onkel Montague. Bist du etwas skeptisch? Ich habe gehört, dass es Menschen gibt, die behaupten, eine solche Gabe zu besitzen, die aber nichts als Gauner und Betrüger sind, Onkel. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, mit Toten zu sprechen. Onkel Montague lächelte und nickte, tippte die Fingerkuppen aneinander und lehnte sich in den Schatten des Sessels zurück. Es gab eine Zeit, da hätte ich deine Ansichten geteilt, sagte er und sah wieder zum Fenster. Ich folgte seinem Blick und meinte, auf dem Kiesweg vor dem Fenster jemanden rennen zu hören. Sicherlich würden die Dorfkinder es aber nicht wagen, den Garten meines Onkels zu betreten. Mein Onkel hatte das Geräusch entweder nicht gehört oder es beunruhigte ihn nicht, denn er beugte sich zu mir und lächelte mich an. Ich kenne eine Geschichte zu dem Thema, die dich interessieren könnte, Edgar, sagte er. Vielleicht änderst du danach ja deine Meinung. Wirklich, Onkel? sagte ich, auch wenn ich mich mit der kleinen Puppe in der Hand immer noch etwas unwohl fühlte. Erzähl sie mir doch bitte. Wie du willst, Edgar. Wie du willst.